Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tiny Troopers, dieser haben wir den Boden-Luft-Raketen-Jagd-Auftrag und ich nehme auf jeden Fall Luftunterstützung mit und Rüstung sowie mehr Schaden und dann starten wir den ganzen Traum mal Wir müssen hier Raketenstellungen zerstören und das machen wir jetzt auch mal Und ja Numero Uno Nee, nee, nee Ihr kriegt mich nicht lebentod Die Hunde macht mir mal mit Und natürlich die Geheimdienstinformation So, dann müssen wir mal hier rüberrennen Da muss noch ein Raketenwerfer, schön Alter, was ist das für einer hier? So Alter Da wird auf mich geschossen Geschossen hat er auf mich Aber wer und wo? Hm So Hier scheint aber auch nichts zu sein zu machen Ja, da ist es auch gut Und noch vier Mann Betonung nicht auch Noch Ich habe es ja nicht einmal geschafft mit allem wieder zu überleben Mann, Mann, Mann Wo sind eigentlich die Medaillen? Irgendwas läuft da hinten Mal außen rum Ne, doch nicht Gut, gehen wir mal hier ganz rüber Obwohl, da ist ja eigentlich gar nichts Hm So, weg ist er Wieder nicht gesehen Ah, dich habe ich mal gesehen So 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 wo sie die medaillen versteckt granaten nehmen damit genauso wie die da unten und da oben noch hundemarken wir haben über zwei hin so und reicht das mit einer jawohl kann lauf lauf kann so was auch stellen die medaillen irgendwo müssen sehr versteckt sein mal hier auch rüber gucken ah hundemarken ihr habt es bestimmt schon gesehen ich wette mit euch ihr wart ja mal richtig fleißig und gut komisch wo sind die da versteckt ist ja gar nicht also ich suche jetzt auf jeden fall noch auch wenn das vielleicht für euch nicht so spannend ist aber ich habe alle vier soldaten hier ist auch nichts gut die nehmen wir mit vielleicht hier unten versteckt hier sind wir für schon übergegangen glaube ich irgendwie finde ich dir nicht vielleicht ist ja hier links hoch irgendwo komisch komisch aber können ja auch hier drüben sein da schießt ihr auf mich schweinerei schweinerei ha wir waren aber auch schon hier rechts ich muss jetzt schwimmen oh ja die informationen aber ich habe ja mitgenommen ne ich sag mal so wir müssen auch wey was will das denn schweinerei schweinerei da habe ich eine fehlt mir noch eine aber was mich da jetzt die luft gesprengt hat würde ich mal interessieren so hoch kann man glaube ich nicht da war noch vielleicht granaten oder so also hier geistens und ich kann haben wir wo ist die landungszone ist auch noch so ein ding wo ist das versteckt da habe ich halt nur eine gefunden aber naja gut ja gut ich kann die landungszone noch nicht behänden fällt mir gerade so ein weil ich habe die landungszone noch nicht gefunden ich war ja so fast überall mhm black hawk da ich überlege ob ich das nicht echt eine zeitrafer laufen lasse weil das rumlaufen interessiert euch glaube ich wenig aber ich finde halt die landungszone nicht mhm 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 w veg mhm 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 naja, so gut, muss man mal schauen vielleicht finden wir sie in der nächsten halben Stunde noch ist natürlich unnötig lang die Folge da durch weil ich nicht weiß, wo ich hin soll tja hmm irgendwie finde ich die nicht ha, mit M kann man es sehen also nach unten aber nicht durchs Wasser, was der Geber zu lahmarschig ah, einmal noch fließe das Waldstückchen durch aber da gehe ich lieber durchs Wasser weil ich habe Angst, dass da Minen sind ja, da ist es auch na super gucken wir mal auf das kleine Landstückchen hier vorne weil irgendwie war ich noch nicht ja, erstmal, sorry, dass das Ganze so ein bisschen zäh gerade war und ich das nicht gefunden habe naja ja, so meine Freunde, dann werden wir uns als nächstes in Mission Nummer 13 wiedersehen ich wünsche euch viel Spaß und noch habt noch einen schönen Tag und so weiter und ich würde mich freuen, wenn ihr da unten was in die Kommentare schreibt oder einen Daumen gebt also, hauze die Tasten ciao, ciao